Diese äußerst praktische Ford Transit 350 L2 H2 Custom-Trend könnte schon bald vor Ihrem Betrieb stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Doppelflügel-Türen hinten und eine Schiebetür rechts erleichtern das Einladen. Der Laderoom hat einen Vinylboden und eine hohe Seitenverkleidung. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort für drei Personen. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit ESP, AirVac, Nebellampen vorne und der Heizbahnfrontscheibe. Die Klimaanlage mit Polenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freispritter. Für Ihren älteren Gebrauchswagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Transit. 250 L2 H2 Trend und seiner umfangreichen Ausstattung. Willen Sie Ihnen ja viel Spaß haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie.